Die Band wird Bier und Bier nehmen, oder? Was ist das der Grund, warum wir dort hinfällen? Sag ich jetzt. Okay, wir haben einen Schritt gemacht. Was haben wir lange gemacht, wer das spielt? Erst gestern. Aber vorher sage ich nicht. Wir haben erst gestern einen Soundcheck gespielt, und jetzt spielen wir es, glaube ich, immer. Weil es einfach für uns so Spaß macht. Vielleicht überträgt sich der Spaß ja dann im nächsten Mal auch auf euch. Das wäre jetzt wirklich schön. Das ist ein Song von John Mayer und heißt Das ist ein Song von Leviens. Wir sind gerade in den Zimmermann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020